Das Deutsche Chroniker Labor ist ein Speziallabor. Wir haben uns auf den Nachweis von Infektionskrankheiten spezialisiert, die vorwiegend von Zecken übertragen werden. Das heißt auf Borreliose und Co-Infektion. Hierzu haben unsere Experten einen Test entwickelt, den B16 Plus Test. Je eher Sie wissen, ob Sie an Borreliose leiden oder nicht, desto eher kann die Krankheit gezielt behandelt werden. Ist Borreliose erst einmal chronisch, sind die Heilungschancen deutlich schlechter. Eine hundertprozentige Sicherheit kann kein Test liefern. Unser Test ist der genaueste und umfangreichste, den es momentan auf dem Markt gibt, da er eine ganze Testreihe umfasst. Wir führen 18 Tests mit 34 Einzeluntersuchungen durch und erfassen hierbei über 400 Antigene. Zum Vergleich, Standard-Tests sind gerade mal vier Einzeluntersuchungen mit maximal 52 Antigenen. Das heißt, was ich nicht suche, kann ich auch nicht finden. Unser klassischer Patient hat bereits eine Odyssee hinter sich, wie ich selbst vor einigen Jahren. Viele sind verzweifelt, suchen nach Antworten, wollen Gewissheit. Kein Arzt konnte Ihnen bisher helfen und Ihnen sagen, was Ihnen eigentlich wirklich fehlt. Die meisten unserer Patienten sind bereits auf Borreliose untersucht worden, allerdings mit negativen Ergebnissen. Aufgrund dieser falschen Ergebnisse wurde eine Borreliose ausgeschlossen und eine gezielte Behandlung erfolgte nicht, was im Ergebnis zu einer chronischen Erkrankung führte. Wissenschaftlich erwiesen ist mittlerweile, dass 65 Prozent aller Standard-Tests falsche Ergebnisse liefern. Die meisten unserer Patienten wünschen sich, sie hätten das Geld für einen guten Test früher investiert. Nach unserer Erfahrung übernehmen private Krankenkassen die Kosten anstandslos, gesetzliche leider nur in Einzelfällen. Sie gehen zu Ihrem Hausarzt, bitten ihn um eine Blutentnahme und Sie oder Ihr Hausarzt senden uns diese mit dem ausgefüllten Anforderungsschein zu. In der Regel haben Sie innerhalb von einer Woche die Testergebnisse. Wir sind ein Labor. Wir sind spezialisiert auf den Nachweis von Borrelien und Co-Infektionen. Und für die Behandlung empfehlen wir einen unserer Partnerärzte, den Sie auf unserer Seite www.deutscheschronikerlabor.de finden können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017